Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph und ich, wir fahren heute wieder gar nicht mal so weit weg von zu Hause. Wir sind nämlich heute in einem, ja, sehr, sehr weit westlich gelegenen Teil in unserem Heimatbundesland, Christoph. Und wir haben ja mal gesagt, wir wollen gern hier das ganze Land mal kartografieren. Und dann sind wir so ziemlich auch fertig jetzt mit Niedersachsen nach der heutigen Folge. Denn es geht heute ins Osnabrücker Land. Und Christoph, landestypisch, die haben dort auch relativ wenig Dialektakzent, so wie wir bei uns im Weserbergland. Von daher mit einem Lied, das ich aus Stromberg kenne. Ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück. Herzlich willkommen hier heute zu Neuen Folge. Das hast du schön gesagt. Das ist eine schöne Nettigkeit geworden, die du gesagt hast. Ja, wir könnten eigentlich auch mal... War nicht für dich. Naja, gut. Aber du hast das Glück irgendwo gefunden. Ich merke das schon. Also du hast es irgendwo gefunden. Das freut mich. Das verdienst du auch. Das ist schön. Also machen wir nachher bestimmt bei Transport vor Ort, wer mit dem Zug nach Osnabrück hinkommt. Hier schon mal ein Hinweis für dich und alle Hörenden. Guckt euch mal dieses Video zu diesem Song an. Das ist ja so ein, weiß ich nicht, ein alter Klassiker. Ich sag mal so, alle Hipster in Berlin können sich da sehr gut Klamotten-Tipps noch holen. Also es ist wirklich ein großer Spaß, sich dieses Video im Zug nach Osnabrück anzuschauen. Mach das doch mal. Aber erst nach diesem Podcast. Denn es gibt ja jetzt Tipps für Osnabrück und das Osnabrücker Land, ne? Ich hatte bei Stromberg, der Film, habe ich den Song das erste Mal gehört. Da weiß ich überhaupt nur, dass es den gibt, Christoph. So holt sich jeder seine Modetipps irgendwo her. Das ist auch schön. Genau. Darum trage ich auch nur viel zu enge Krawatte. Das ist so mein normaler Modetipp des Jahres. Also ihr seht schon, wir sind stolze Niedersachsen. Wir haben ja schon oft erzählt, es gibt viele, viele Folgen aus dem schönsten Bundesland der Welt. Ich wiederhole es hier nochmal, wie in jeder Folge bis jetzt, glaube ich, auch schon. Deshalb heute Osnabrücker Land. Da wir ja immer nur so 30 Minuten Zeit haben, sagen wir nicht immer Osnabrücker Land, sondern wir sagen jetzt, Adrian, kurz Osnabrücker Land. Das machen die da auch. Also es geht nach Osnabrücker Land. Also damit da ein bisschen schon mal die Verständigung klappt hier. Ja, und auch das Schreiben lernen. Dadurch können die Kinder das von Osnabrück schon mit 17 Jahren alleine schreiben. Osnabrück. Sehr gut. Ja, kurze Sache. Und Christoph Osnabrücker, was man sagen muss, und das hatte ich, bevor ich es erste damals noch gar nicht so auf dem Schirn. Man denkt ja, Osnabrück, das liegt schon so ein bisschen am Münsterland. Es geht schon fast eher nach Norden als nach Süden. Und ja, es ist aber immer noch sehr, sehr bergig und das Osnabrücker Land geht hoch bis über 300 Meter. Also das ist schon ein relativ bergiges Eckchen. Wenn ihr jetzt aus Bayern kommt, werdet ihr sagen, 300 Meter, das ist mein Weg morgens zum Bäcker. Ja, aber für uns hier oben im hohen Norden, in Niedersachsen, ja, außer vielleicht für die Freundinnen und Freunde, die im Harz wohnen, sind 300 Meter schon ein richtiger Berg. Und da kann man mit dem Fahrrad auch schon mal ein paar Höhenmeter sein. Also es gibt Berge. Was haben wir heute noch aufgeschrieben? Ich habe hier so ganz idyllische Dörfer und Kirchen, so Bauernhöfe machen wir noch, Mühlen. Es geht gefühlt auch nach England. Gerade jetzt kann das ja immer gerade so der Trend sein. Und so ein ganz wenig auch nach Bali. Warum, wieso, weshalb, das lösen wir jetzt in den nächsten Minuten auf. Ich kann schon mal sagen, wir hatten hier eine neue Spielidee, als wir unsere Tipps so zusammengetragen haben. Stadt, Land, Fluss, Auen. Ich glaube, mit dieser Folge heute, da werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit viele, viele Punkte machen, dank Welturnig. Tja, ich erinnere mich an legendäre Stadt, Land, Flussspiele, Christoph. Was haben wir da, was haben wir das Spiel schon gezockt durch? Was haben wir uns gestritten? Was haben wir uns gestritten, ja. Aber was habe ich an neuen Städten, Ländern und Flüssen erfunden? Also von daher. Ich kriege immer Ärger, wenn ich bei Mau Mau schummle. Aber sowas geht wieder durch. Das machen wir irgendwann. Ja, aber das machen wir mal ganz kurz, Christoph, die Frage bei Mau Mau. Also an alle da draußen, ihr dürft euch gerne mal bei Insta oder irgendwo anders melden. Also ich bin ja der festen Überzeugung, bei Mau Mau, Bube auf Bube, das geht. Das muss auch gehen, damit dieses Spiel ein bisschen würzig kriegt. Christoph ist der Überzeugung, Bube auf Bube, das geht nicht. Aber auch immer so abhängig davon, wie es ihm gerade in Kram passt. Ich sehe, wir geraten hier schon so ein bisschen in unsere drei Tipps, die man mitnehmen muss. Ich gehe davon aus, du würdest ein Mau Mau Spiel mitnehmen. Das wäre dann so dein extra Tipp. Hast du denn noch drei andere Tipps, die du mit ins Osnabrücker Land nehmen würdest? Ich kann schon mal sagen, ich habe welche. Also, ich weiß noch nicht, wie das bei dir war früher, Christoph. So wirklich in Kindertagen, ich sage mal so Grundschule, ja. Lange her. Also, ja, 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 da warst du oft Kreide holen und ich habe ganz viele Dino-Hefte früher gehabt und habe mich sehr, sehr viel mit Dinosauriern auseinandergesetzt. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab früher so Dino-Hefte, das erste Heft war fast umsonst. Da gab es dann so Dino-Knochen drin zum Zusammenbauen. Echte? Ja, genau, echte Dino-Knochen, für jeden, der das gekauft hat, eins. Aber das erste hat irgendwie so eine Marke gekostet, da war ein Dino-Kopf drin. Und danach hat jedes Heft irgendwie fünf Mark gekostet und das war nur so ein weiterer Knochen und man braucht irgendwie so sechstausend Hefte, um diesen Dinosaurier zusammenzubauen. So eine richtige Falle. Und meine Eltern haben nach dem ersten Ding gesagt, nee, das lassen wir mal wieder schon. Ich glaube, es sollte noch irgendwo diesen Dino-Kopf rumliegen, der hat im Dunkeln geleuchtet. Aber lange Geschichte kurz, ich nehme diese Dino-Hefte mit, um natürlich alles über Dinos zu wissen und warum nach Osnabrück. Es gibt Ausgrabungsorte und Fundstellen von Dinosaurierknochen und dementsprechend spielen die Dinos in Osnabrück und im Osnabrücker Land eine sehr große Rolle. Und man kann sich dort auch ein bisschen mit beschäftigen. Mein großes Dino-Talent, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist aber, ich erkenne in Filmen, ob die Dinos echt sind oder mit dem Computer reingebaut sind. Ja, das, ja, genau. Das kannst du wirklich, das kannst du ruhig, ja, okay, Christoph. Kann ich dir immer, 100% Richtigkeit kann ich dir in jedem Film sagen, das machen wir irgendwann. Ja, das kann, ja, uiuiui. Okay, dann, wenn wir schon beim Heften sind, Christoph, nehme ich als zweites, weil auch da ist das Osnabrücker Land wieder Role Modeling. Also nach meinen Dino-Comics nehme ich meine Asterix-Hefte mit. Denn, ja, Varusschlacht, die Römer spielen eine große Rolle. Und wenn man sich vor Römer schützen will, dann braucht man Zaubertrank und alle Tipps und Tricks von Asterix und Obelix. Und dementsprechend meine Vorbereitung, ich packe meine ganze Asterix-Heftesammlung ein. Habe ich übrigens wirklich. Ich habe jetzt zwei Sachen, die damit sehr, sehr gut klarkommen würden. Denn Thema Varusschlacht, ich würde sagen, nehmt doch mal euren Klappspaten mit. Kommen wir nämlich gleich noch zu. Die Ausgrabungen, denn da laufen immer noch und es wird immer wieder spektakuläres gefunden. Ich glaube allerdings, es könnte Ärger geben, also vielleicht mitnehmen, aber vielleicht nicht nutzen. Das könntet ihr machen. Das wäre mein erster Punkt, so kleinen Klappspaten. Und als zweites, wo du sagst, was zum Lesen. Ich habe ja auch noch was zum Lesen. Und ich glaube, du kennst es, eins der wenigen Bücher, die du wirklich auch gelesen hast, vermute ich. Sondern es ist im Westen nichts Neues. Kennst du dieses Buch? Ich dachte, du meinst die Bibel. Nee, 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 nee. Der Herre Mark, der hat auch was mit Osnabrück zu tun. Kommen wir nachher drauf zu. Ist ein Kriegsroman, klar. Der ist ein bisschen härter. Gibt es demnächst auch wieder ganz neu als Film. Wird wieder verfilmt. Aber nehmt euch mal dieses Buch mit. Sehr, sehr eindrücklich und auch mit dem Osnabrücker Land verbunden tatsächlich. Ich muss sagen, das habe ich nicht gelesen. Habe ich aber die ältere Verfilmung von gesehen. Und guck mir auch die neue wieder an. Von daher, kleiner Tipp schon mal, ohne es gesehen zu haben. Die soll ganz gut sein. Sagt man. Dann nehme ich als drittes, Christoph, wenn wir jetzt so ein bisschen Schreibware mit haben. Jetzt so ein bisschen was Actionreiches. Ich packe mir meine Drohne ein. Denn gerade, da können wir gleich später nochmal drauf. Wenn man so ein bisschen in die Sehenswürdigkeiten geht. Und wenn man sich dort auch ein paar Naturdinge anguckt. Wie zum Beispiel Natur- und Geopark Terra Vita. Da gibt es auf jeden Fall ganz tolle Bilder zu machen aus der Luft. Auch ganz farbenfroh. Da können wir gleich nochmal drauf. Gerade was so Wasser angeht. Von daher Drohne noch als letztes. Und dann habe ich mich gut vorbereitet. Und habe gute Bilder vor Ort geschossen. Und kann dich mit deinem Klappspaten da unten fotografieren. Wie er miteinander da irgendwie kämpft. So, jetzt bin ich so ein kleiner Spielverderber. Denn Terra Vita, wie gesagt, ist ja ein Naturpark. Und ja, so ganz ohne ist das Drohnenfliegen da nicht. Schaut, schaut vorher mal, wo ihr fliegen könnt. Es gibt verschiedene Apps dafür. Oder ihr holt euch beim zuständigen Amt des Landkreises, beziehungsweise der Naturschutzbehörde, eine Genehmigung, eine Aufnahmegenehmigung. Dann könnt ihr euer kleines Fluggerät auch starten lassen. Mein letzter Punkt ist, steht bei mir in der Küche öfter tatsächlich mal. Und zwar ein leerer Salzstreuer. Den nehmt ihr jetzt ebenfalls mit und könnt ihn in Bad Essen voll machen. Denn die haben ein ganz besonderes Urmeersalz. Also, wenn in der Küche kein Salz da ist, fahr doch mal ins Osnabrücker Land. Hier schon mal das Extratipp. Vielleicht gleich bei kulinarisch noch ein bisschen mehr dazu. Aber heute relativ sinnvoll. Also Anführungstagend sinnvoll, würde ich sogar mal sagen. Das ist wohl so. Können wir fast sagen, das lief mal heute. Christian, du hast keine Schuhe eingepackt. Ich gratuliere dir. Keine extra Schuhe. Okay, aber dafür packe ich dir noch einen kleinen Tipp mit ein. Für die beste Übernachtung. Und zwar würden wir euch empfehlen, ja, guckt mal ein bisschen rum. Es gibt ganz tolle Unterkünfte auf Bauernhöfen erstmal. Also ich bin ja so ein kleines Bauernhofkind. Und dementsprechend natürlich für mich immer eine sehr, sehr prädestinierte Wahl. Und als zweites, ja, schaut mal an den Alfsee. Da gibt es einen Ferien- und Erlebnispark. Oder eben auch das Ringhotel Alfsee. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Guckt mal, was für euch am besten passt. Und insgesamt so, ja, alles rund um den Alfsee ist, ja, mit hohem Freizeitwert versehen. Freizeitwert sehr, sehr gut. Gerade im Herbst sehr, sehr schön da. Aber bevor wir diesen Freizeitwert nutzen können, müssen wir erstmal hinkommen. Wir hatten eben schon angesprochen, Glück im Zug nach Osnabrück kann man finden. Das ist ganz große Glück sogar. Das ist die Bahncard 100 quasi, die man dann hat sozusagen. Aber erste Klasse, nicht Zweite, so wie ich. Armer Schlucker, naja. Also Osnabrück, logischerweise, wenn ihr jetzt Osnabrücker Land wollt, als Ausgangsposition kommt ihr mit ICE und IC sehr, sehr gut hin. Auch wenn ihr schon in der Region Hannover seid, könnt ihr mal gucken mit den Regionalzügen, dass das Niedersachsen-Ticket euch schnappt und damit durchdüst. Und vor Ort ist das dann ebenfalls sehr, sehr gut angebunden, auch wenn es mal runter geht bis in die Regionalbusse tatsächlich. So ist das wohl. Also vor Ort, eigentlich braucht ihr kein Auto. Aber für die Leute unter euch, die vielleicht ähnlich wie mein Lieblingsreisepartner hier, der auch nicht nur problemlos Dinos, die echt sind, von Dinos, die unecht sind, unterscheiden kann. Das kann auch bei Super helfen. Ihr seht immer genau, ob es der echte Batman oder der unechte Batman ist. Das sieht er auch immer auf den ersten Blick. Aber was er sonst auch noch kann, ist sehr, sehr gut Fußwege vermeiden. Von daher dann natürlich auch immer noch das Auto eine Möglichkeit, Christoph, oder das E-Auto natürlich, um eben vor Ort nochmal so einen Schuss, eine Prise aus deinem Salzstreuer, vielleicht die letzte Prise aus deinem Salzstreuer, bevor du sie wieder auffüllst an Flexibilität und schneller Mobilität zu haben. Zum Beispiel für eine Tour zum Schloss Ippenburg, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und man ist einfach ein bisschen fixer mit dem Auto, aber ansonsten, wie gesagt, trotzdem, man kommt super mit dem Zug hin, Christoph, oder aber mit deinem immer weiter beliebt werdenden Fortbildungsmittel, dem Fahrrad. Tja, also als Weserbergländer, die wir ja nun mal sind, würden wir jetzt wirklich nur unter Bedrohung sagen, dass das Osnabrücker Land die beste Fahrradregion in Niedersachsen ist. Ich würde mal sagen, wir einigen uns auf den Unentschieden. Also, es gibt wirklich tolle, tolle Routen da. Du hast gesagt, es gibt auch kleine Berge, also wirklich keine schlimmen Berge, die kann man gut nutzen. Aber, tolle Routen, es gibt die Route der Megalithkultur, die geht wirklich entlang von Findlingsfeldern, das ist wunderschön. Adrian ist ein Findlingskind, das ist nicht zu verwechseln mit den Findlingsfeldern. Auf jeden Fall habt ihr da riesengroße Steine, die ihr mit den Fahrrädern besuchen könnt. Tatsächlich ebenfalls sehr, sehr gut zu machen. Und weil ihr natürlich eure Asterix- und Obelix-Hefte dabei habt, wisst ihr natürlich bereits alles über Hinkelstein und Co. Und dementsprechend habt ihr natürlich auch da wieder Fachliteratur an der Frau, am Mann und könnt sofort euch auch über Megalithen informieren. Und, um mit Obelix zu sprechen, in welchen Wohnsituationen die sich innen auch sehr gut machen. Als Jackenständer oder was auch immer. Naja. Und wenn ihr mit dem Fahrrad alles durch habt, dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit zu wandern. Und wir kommen gleich drauf, auch nochmal auf die Tipps und Ideen, wohin. Aber der vielleicht schönste Wanderweg und unser extra Tipp ist der Mühlenweg. Und ich habe ja behauptet, Christoph, da ist, es klappert das Mühlrad am rauschenden Bach geschrieben worden. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, ja. Den Text kannst du sogar dir, den Refrain kannst du sogar dir merken. Früher in der ersten Klasse. Und ja, es sind neun Wasser- und zwei Windmühlen, die da entlang des Mühlenwegs sind. Und ja, mittelalterliche Burgen, Hügelgräber, es geht auf die Höhen des Wien-Gebirges. Also da ist echt wirklich alles geboten. Und ganz, ganz ehrlich, jetzt gerade, während ihr das hört, schön im Herbst, beste Jahreszeit dafür. So ein bisschen Indian Summer Feeling. Es ist alles mit Wasser, ja, gespickt. Und wie gesagt, diese Mühlen überall, sieht echt wahnsinnig cool aus. Und da hat sogar hier mein, ansonsten wie gesagt, gehwegvermeidender Podcast-Partner mit viel Leidenschaft seine Wanderschuhe geschnürt und ist da entlang der Mühlen gewandert mit mir. Sehr, sehr gut. Also ihr seht, viel Abwechslung. Man kommt einfach hin. Einfach mal schauen auf der Karte, wo genau das liegt. Vielleicht kommt ihr auch aus dem Münsterland und aus NRW. Dann liegt es ebenfalls perfekt für euch, gerade für den Herbst, eine super Sache. Und was man im Herbst noch sehr gut machen kann, Adrian. Essen. Es gibt im Osnabrücker Land eine Stadt. Und ich habe eben schon mal angedeutet, die heißt Bad Essen. Da gibt es aber kein Bad Essen, sondern wirklich leckere Gerichte. Und jetzt gerade so im Winter, im Winterherbst richtig gute Eintöpfe und Suppen. Kannst du noch mit diesen Scherzen hier umgehen? Junge, Junge. Bad Essen, Bad Essen. Eieieiei. Eieieiei. Du bist ein richtiger Bad Ass. Das kann ich dir sagen. Aber naja, gut. Ja, Christoph. Da gibt es dann für dich Dinosaurier-Eintopf. Und du schmeckst dann raus, ob es ein Echaliner, ob es ein Triceratops oder so ein Iguanodon oder irgendwie sowas da drin ist. Das schmeckst du dann raus. Aber mit Dinosaurier oder ohne, deftige Hausmannskost und Hausfrauenkost. Und das ist natürlich perfekt nach langen Wander- und Radtouren. Und ja, es gibt auch die Kartoffelplatte. Das ist, sagen wir mal jetzt mal, die Osnerpizza. Das sind quasi geraspelte Kartoffeln. Und da kommt dann alles aus der Region drauf, was es so hergibt. Also Spargel natürlich im späten Frühling, Pilze, jetzt gerade im Herbst oder natürlich auch Grünkohl. Ja, und da hast du mich natürlich wieder. Wir kommen wieder in die Grünkohlzeit, in die Grünkohlregion und es ist nicht mehr weit weg, Christoph. Und ich kann den ersten Grünkohl schon auf der Zunge spüren. Das wird sehr, sehr lecker. Was ihr auf einer Tour durchs Osnabrücker Land auf jeden Fall mitbekommen werdet, gerade jetzt ist der Holunder. Also da wird viel, viel aus Holunder gemacht. Sei es Limonade, Marmelade. Schaut da mal, ob gerade Holunderzeit ist, je nachdem, wann ihr da seid. Und ansonsten bestellt beim Bäcker mal als kleinen Tipp ein Springbrötchen. Ja, Springbrötchen hat nichts mit dem englischen Frühling zu tun. Das sind Brötchen, weil die Kruste springt dann so ein bisschen auf und platzt dann auf. Und deshalb heißen die da in Osnabrück Springbrötchen. Also mal bestellen und sich so ein bisschen als Local direkt outen hier. Springbrötchen und ein Springbock. Ja, wie ich es immer gesagt habe. Das kommt dann in der neuen Südafrika-Folge vielleicht. Ja genau, ich hätte gerne einen Springbrötchen mit dem Brecker. Gut, der hat auch geguckt. Aber na gut, er hat es verstanden irgendwie am zweiten Tag. Oder aber natürlich, was es auch noch gibt, im Café Leisiefer in Osnabrück, Pralinen. Da kriegt man mich ja mit. Also seit den Mozart-Kugeln, Christoph, bin ich ja, dass wir die Führung da bekommen haben, in Salzburg bin ich ja ein absoluter, ausgewiesener Pralinen-Fachmann. Und interessiere mich da auch wirklich für jede Lage und Schicht. Und bin da wirklich auch Fachpublikum für jeden Pralinen-Macher. Von daher, ja, von meiner Seite nochmal der Café Leisiefer in Osnabrück. So, ich sehe, ihr seid jetzt mit dem Zug im besten Fall angekommen. Ihr seid gesättigt. Ihr habt vielleicht schon die eine oder andere Fahrradtour hinter euch oder seid schon an den schönen Mühlen entlang gewandert. Jetzt wollen wir mal gucken, was es noch so gibt im Osnabrücker Land. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und auch du hast es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, den Natur- und Geopark Terra Vita. Das ist einer von nur sechs deutschen Geoparks, die ein UNESCO-Globe-Geopark sind. Also ganz, ganz was Besonderes, worauf wir relativ stolz sind hier in Niersachsen tatsächlich auch. Tja, und das schließt sich alles an den Teutoburger Wald an. Und ja, wenn man sich mit dem Teutoburger Wald ein bisschen beschäftigt, müsst ihr mal machen. Auch ein sehr, sehr spannendes Eckchen mit vielen Mythen und Legenden. Dann geht ihr jetzt mal ein Stück nach Norden. Und dann seid ihr auch schon in eben erwähntem Geopark Terra Vita. Und hört sich fast ein bisschen an wie so portugiesisch, ne? Terra Vida. Ein bisschen, äh... Ja, ja, da kommen wir... Ja, ja, ein bisschen... Terra Erde und so und und Vita. Wie dein Lebenslauf so, ne? Ist richtig, ist richtig. Naja, jedenfalls, ihr findet dort alles, was ihr euch in so einem Geopark erträumen könnt. Es sind über 100 Naturdenkmale, ja, geologische Phänomene, Naturschutzgebiete. Es gibt viele Versteinerungen, Saurierfährten. Ja, das ist alles in der Nähe von Bad Essen oder bei Christophs Badass. Dementsprechend, ja, also da gibt es dann auch die Dinosaurier, da könnt ihr die Hefte mitnehmen. Und, ja, natürlich, alles auch mit geführten Touren, Besichtigungen, Ausflüge. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und, ja, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und da würde ich auch die Drohne rausholen. Ich habe sie leider seinerzeit noch nicht gehabt, sonst hätte ich sie mitgenommen, weil ich mir dann angucken konnte, was es dort alles von oben schon, ja, zu entdecken gibt. Also, das war schon wahnsinnig spannend. Und gerade so die Gewässer da, ne? Es gibt da wirklich tiefblaue Seen, ja, und, ja, vor allem die Dinosaurierspuren. Also, ich bin bei den Dinosaurierspuren, hat man mich gehabt an der Stelle. So, jetzt kommen wir, glaube ich, schon zum absoluten Highlight, was jeder Schülerin und Schüler in Niersachsen kennt und bestimmt auch schon mal da war. Deshalb könnt ihr da guten Gewissens auch hinfahren, und zwar in den Park Kalkriese. Bitte nicht verwechseln mit Paul Kalkbrenner, das ist ein DJ. Dieser Park Kalkriese, heute ist gut, ne? Junge, Junge, Junge. Das ist eine archäologische Stätte. Und bevor wir damit loslegen, würde ich doch gerne mal unseren Geschichts-Adrian hier ans Mikrofon rufen. Du wirst vielleicht aus der Schulzeit noch wissen, was in diesem Park Kalkriese und dieser Area da passiert ist damals. Ja, es gab die legendäre Varus-Schlacht, so ungefähr 2000 Jahre her, und zwar kam es zum Kampf zwischen den Germanen und den Römern, und die Römer haben da knapp ein Achtel ihrer gesamten Armee, ja, in der Ecke des Landes gelassen, und haben dann tatsächlich, hat Varus da gegen, Varus gegen Arminia, klingt fast so ein bisschen wie so ein Europa-League-Spiel, ja, Varus gegen Arminia hinspiel, ja, ist so. Aber ist die Varus-Schlacht und, ja, Armin, Hermann der Kieruska, hat dann damals da das Auswärtsspiel da gewonnen und hat heute auch eine Statue, aber da sind die Römer, ja, in Westgermanien gescheitert und natürlich dreht sich auch historisch in diesem Park alles um eben dieses Großereignis der Menschheitsgeschichte. Und dazu muss man sagen, was das Spektakuläre ist, erst Ende der 80er Jahre haben sie da wirklich was gefunden und seitdem wird das Stück für Stück durchgearbeitet. Also, immer mal wieder, ich sagte es vorhin ein bisschen scherzhaft mit diesem Klappspaten, immer wieder gibt es halt wirklich sensationelle archäologische Funde. Ich glaube, sie haben halt irgendwann irgendwie 200 römische Münzen gefunden, noch ein Schloss und irgendwie eine gut erhaltene Gürtelschnelle. Also, da passiert wirklich immer was als Archäologe oder als Archäologin, ist das, glaube ich, wirklich so ein Traum, da arbeiten zu dürfen und immer wieder was zu finden. Und das kann man dann wirklich beobachten, kann man sich informieren und ist tatsächlich spannender, als es sich jetzt vielleicht anhört. Ich hatte ja seit einer Zeit gehofft, dass ich mit deinem Klappspaten ein paar römische Sandalen ausgraben kann, die ich dir dann schenken kann. Dann kannst du jetzt immer bei den drei Sachen, die du einpackst, immer sagen, ich packe mir meine römischen Sandalen ein, weil man da so viel laufen muss. Schöne Grüße, schöne Grüße nach Florenz. Also, je nachdem, wann ihr da seid, gibt es auch große Events, gibt Römer- und Germantage und ganz frisch, je nachdem, wenn ihr die Folge taufrisch hört im Oktober, gibt es auch das Forum Kalkriese. Da ist also nochmal richtig Leben drin mit Schauspielern und großem Bim-Bamborium. Das könnt ihr euch machen und vor allem als Extra-Tipp, schaut mal auf den Turm. Es gibt so einen rund 40 Meter hohen Turm, da könnt ihr euch das ganze Geländer mal von oben anschauen und könnt so ungefähr einschätzen, wie es da wohl früher ausgesehen haben muss, als da richtig Action war beim Auswärtsspielen. Das ist wohl so und einmal im Jahr übrigens an dieser Stelle spielen auch Christoph und ich die Varusschlacht nach, wie vorhin erwähnt mit Mau Mau. Ja, da wird ihr einmal ganz groß, da wird ihr ganz groß, im Zug nach Osnabrück, Mau Mau, da wird ihr die Varusschlacht nachgespielt. Und das ist jedes Mal neu, wer da die Römer und wer der Germane ist, je nachdem, ob Bube, ob Bube erlaubt ist. Aber wenn ihr da jetzt im Park Kalkriese wart und ihr seid komplett fertig, ihr seid viel rumgelaufen, ihr habt alles entdeckt, was da so gibt, ihr habt wirklich euch viel mit Römern und Germanen, mit Deutschen und Gabanen und was man noch alles so haben kann da auseinandergesetzt, dann ist Zeit, mal ein bisschen runterzukommen und sich ein bisschen zu entspannen. Und das geht am aller allerbesten im Osnabrücker Land in der Therme Bad Rotenfelde. Ist auch der ultimative Herbsttipp eigentlich. Und ja, so ein bisschen Badekultur hatten die Römer ja auch. Vielleicht haben sie es sogar dagelassen, inklusive der verschiedenen Saunen. Und ihr könnt euch da wirklich mal so ein bisschen der römischen Dekadenz hingeben, wie unser ehemaliger Außenminister Guido Westerwelle damals gesagt hat. So ganz schön römisch-dekadent euch da mal in die Therme fläzen und alle Viere von euch strecken. So, wenn ihr jetzt entspannt seid, habt ihr wieder ein bisschen Kraft fürs Artland. Hat nichts mit Kunst zu tun, Art, Englisch? Zu Glück. Es ist einfach eine bestimmte, das hast du jetzt gesagt, es ist eine bestimmte Region. Und ich würde fast sagen, es ist besser als ein Freilichtmuseum. Wir hatten es eben schon angesprochen, Adrian ist so ein Kind von einem Bauernhof und da liegt so ein bisschen seine Schatzkammer auch. Denn ihr habt die verschiedensten Arten von Bauernhöfen, die ihr da findet. Habt dann Herrensitze in ganz historische Dorfkerne, alte Dorfkirchen und immer wieder drumherum diese schönen Bauernhöfe. Ihr könnt das mal vielleicht googeln oder schaut mal bei uns bei Instagram. Ist diese typische Form mit diesen rechtwinklig um den Innenhof angewinkelten Gebäuden. Also sehr, sehr spektakulär, gerade auch jetzt für eine Radtour. Radtour, Hauptstadt dieses Artlandes oder der Artland, ist Quarkenbrück, Adrian. Und Quarkenbrück, an welche Stadt erinnert sich das, in der wir vor zwei Jahren mal waren? Quarkenbrück erinnert mich immer an die Stadt vom Froschkönig natürlich. Nee, aber Rotenburg ob der Tauber ist so ein ganz bisschen das World War. Also auch insgesamt generell das Artland mit seinen ganzen Fachwerkkünsten und dem Alter der Gebäude einfach mal, die man auch nicht so oft findet, zumindest nicht in der Dichte. Es hat schon ein bisschen was von Rotenburg ob der Tauber. Nur es ist bei weitem nicht so sehr touristisch, ich sag mal vorsichtig, erschlossen. In Rotenburg ob der Tauber am guten Tag findet man sich nicht mehr wieder. Ja, Christoph, da mussten wir uns schon ausrufen lassen. Der kleine Christoph sucht Adrian und umgekehrt. Da haben wir von der Stadtmauer runter. Und wenn ihr in Quarkenbrück seid, kleines Special Interest. Christoph hat mich da ja schon so ein bisschen mit angefixt. Geht mal zum Basketball in der Drachenhöhle. Da spielen die Artland Dragons. Momentan nur zweite Liga, haben aber schon mal in der Bundesliga für Furore gesorgt, Christoph. Wo wir gerade beim Thema Sport sind, fahren wir doch mal ein paar Kilometer weiter Richtung Osnabrück. Ganz kurzer Einschub hier natürlich für alle Fußballfans. VfL Osnabrück ebenfalls sehr, sehr spannend. Also es ist auch eine sportbegeisterte Region. Gerade das Stadion Bremerbrücke kann man sich immer sehr, sehr gut angucken. Gerade wenn Hannover 96 so im Niedersachsen-Duell, im kleinen Niedersachsen-Duell da spielt, kann man das sehr, sehr gut machen. Das jetzt aber nur so als kleiner Einschub noch zu den Artland Dragons der VfL Osnabrück. Und damit sind wir auch in Osnabrück, in der großen Stadt im Osnabrücker Land. Ich muss dazu sagen, dass diese Partie nur sehr selten vorkommt, weil Osnabrück sehr selten hoch in der zweiten Liga ist und 96 sehr selten unten in der zweiten Liga ist, hoffentlich. Von dem hin, normalerweise trennen das zwei Ligen, muss man an der Stelle ehrlicherweise sagen. Macht den VfL Osnabrück aber nicht unsympathisch, dass man da nicht mal vorbeischauen sollte. Das ist ja nicht eine Stadt östlich von Peine. Von daher, ja Christoph, du hast recht, da kann man vorbeischauen. Und ja, ansonsten Osnabrück. Osnabrück, natürlich eine Stadt mit sehr, sehr vielen Studierenden. Und dadurch ist natürlich auch abends immer allerhand los. Und ja, Alando, sage ich nur Christoph. Und das ist kein Song von Luna oder so, das ist eine Disco. Ja, am Ende landet man immer im Alando. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Könnt ihr euch schon mal merken. Ja, du hast gesagt, die Universität, die ist übrigens auch so in einem alten Schlossgemäuern ganz, ganz schön. Nicht so eine Beton-Uni, auf der ich war, mehr oder weniger. Hier in Osnabrück ist sie wirklich im alten Schlossgebäude. Also viele, viele junge Leute sind da. Aber auch sonst, tagsüber, wenn ihr da seid, macht ihr mal eine schöne Tour durch die Altstadt. Guckt euch mal das Rathaus an. Und ich habe ja vorhin ein bisschen angeteasert, wir gehen nach Bali oder fahren nach Bali. Es geht hier um Surfen. Und das ist so ein bisschen Herbst-Winter-Tipp. Denn in einem Kaufhaus in Osnabrück gibt es im Keller eine künstliche Welle. Und mitten in der Stadt könnt ihr dann also surfen. Wenn ihr also jetzt nicht nach Bali wollt, trotzdem auf den Surf-Sport nicht verzichten wollt, dann schaut doch mal im Kaufhaus da in Osnabrück vorbei. Tja, Christoph, da machst du einmal nicht die Welle und da haben die schon eine da. So schnell geht das. Das ist wohl so. Und ja, ist aber ganz cool und kommt komplett unerwartet da einfach mal so eine Welle im Kaufhaus. Das ist wohl so. Und ansonsten ganz, ganz viele Events, ja. Fest der Kulturen ist immer im September. Es gibt einen Botanischen Garten. Das Erich-Maria-Remark-Friedenszentrum, Christoph. Da solltest du dich mal ein bisschen mehr rumtreiben. Da müsst ihr ja euer Buch mitnehmen. Nach großen Mau-Mau-Niederlagen. Da kannst du dich dann nochmal so ein bisschen wieder beruhigen. Ja, das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und eine ganz fantastische, schöne, mittelgroße Stadt da im Westen Niedersachsens. Und ich glaube, ihr habt das schon gut rausgehört jetzt. Ihr habt also eine Kombination aus wirklich Natur, wirklich Archäologie habt ihr spektakulär. Im Adlernd, schöne, schöne Bauernhofkultur. Plus immer noch dieses, ich mache in Anführungszeichen Großstadtfeeling in Osnabrück. Ist also eine schöne, bunte Mischung. Was mir noch eingefallen ist, Ardern, ich habe ja auch versprochen, wir hatten Bali jetzt drin. Und ich hatte gesagt, wir wollen nach England. Wenn ihr wegen des Brexits jetzt nicht nach England wollt oder weil euch die Schlange am Anstehen gerade zu groß war in den letzten Wochen, guckt doch mal im Schloss Ippenburg vorbei. Ja, ich glaube, dass, wenn man mal so sich die Fotos anguckt und wenn ihr da seid, gerade im Frühling, es sieht aus wie so ein englisches Landhaus, Landschloss, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und das ist auch so ein bisschen unser Insta-Boyfriend-Spot. Da gelingen bestimmt die besten Fotos. Ja, auf jeden Fall. Schön im Herbstlicht. Ja, 600 Jahre altes Schlossgemäuer. Also fast genauso alt wie die Queen. Gott habe sie gesehen. Ich habe ja nicht gesagt, welche Queen, Christoph? Moment mal, wie soll denn das? Die im Mau-Mau-Spiel, genau. Die Königin im Mau-Mau-Spiel. Ja, genau, richtig. Ja, und aberst, ja, ist so. Und es gibt viele Möglichkeiten, da auch sich den Schnittblumengarten anzugucken. Es gibt ein Gartenfestival, also alles, was man rund um ein Schloss erleben möchte, Christoph. Und wenn man in Osnabrück neben dem Sightseeing, neben dem Reisen, neben dem sich umgucken, das Ganze auch noch mit der Arbeit kombinieren möchte. Es gibt inzwischen einige Coworking-Spaces in Osnabrück. Und ja, es gibt auch auf dem Land schöne Unterkünfte. Und dementsprechend, da kann man dann wunderbar in der Mittagspause noch eine Radtour machen oder einen kleinen Lauf oder mal eben so einen Dinosaurier-Fußabdruck sich anschauen. Das lässt sich ganz prima kombinieren in und um Osnabrück. So, ich glaube, die zwei Niedersachsen-Liebhaber haben euch immer wieder einen guten Geheimtipp geliefert. Gerade jetzt für den Herbst, aber je nachdem, wann ja die Folge hört, ist es immer was los. Guckt mal die Event-Kalender an, wo was los ist. Nicht nur in Osnabrück, in der Stadt selber. Auch drumherum auf dem Land, da gibt es immer was zu sehen. Wenn ihr mehr Infos haben wollt und euch wirklich mal angucken wollt, wie schön das da aussieht, guckt doch mal auf den offiziellen Seiten. Die gibt es bei Facebook, bei Instagram, bei Pinterest. Sucht da einfach mal nach Reiseland Niedersachsen und schaut euch mal da die schönen Fotos an aus dem Osnabrücker Land und aus dem restlichen Bundesland, das ebenfalls sehr, sehr schön ist. Wie ich schon bereits vielfach sagte, wahrscheinlich das schönste Bundesland der Welt. Und wenn ihr noch weitere Tipps braucht, um erklärt zu bekommen, wo es die besten Dinosaurer gibt, die man dann von unechten Dinosauriern unterscheiden kann, das verrät Christoph dann auch noch mal ganz über Reif. Das habe ich noch nicht ganz, aber naja, da geht ihr auf reiseland-niedersachsen.de und da könnt ihr euch dann auch ein Mau-Mau-Spiel runterladen. Nein, gibt es dann nicht. Das lasse ich euch mal dann über, euch das in der nächsten Kneipe mal auszuleihen, um mal wieder kräftig Mau-Mau zu zocken, Christoph. Das ist nämlich ein viel zu selten gespieltes Spiel. Und dementsprechend, ja, nach genug Werbung für eben jenes und, ja, ein tolles Erlebnis aus dem Osnabrücker Land und wirklich macht, macht diese Wanderung entlang der Mühlräder. Das ist wirklich, wirklich toll jetzt im Herbst. Mein kleiner Doppelspezial-Tipp nochmal am Ende. Ist es das auch schon wieder gewesen, Christoph? Wir packen jetzt unsere Sachen ein, setzen uns in den Zug und fahren wieder zurück, wo wir herkommen, ins Weserbergland. Und da ist nämlich jetzt baldigst auch wieder unser großes Fahrradrennen. Machst du dieses Jahr eigentlich mit? Bei der Tour um Solling kommst du mit? Schön die 115 Kilometer, machst du mit? Ich bin im Osnabrücker Land, mach da die Fahrradtour, die ist viel besser. Ja, stimmt, stimmt. Aber wir können ja auf Strava ja gucken, ob dir das auch so weit, aber naja. Alles da. An der Stelle jetzt aber wirklich euch allen einen wunderschönen restlichen Samstag. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet und verbleiben hier mit den allerbesten Grüßen und wünschen euch jetzt dann einen schönen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und dann einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.